ja Moro Leute Ahrensburger Alex wie immer hier und willkommen zu nem Zombie Gameplay mit Commentary und alles drohen dran und wie immer ist der Sean dabei genau durch durch mich vertreten ja Palmers so jetzt müssen wir sind hier gerade im Menü glaube ich also ich bin nicht ganz sicher vom Zombie Modus und wir suchen jetzt, oh ich kann nach rechts gehen aber da kannst du nichts starten glaube ich oder? oh kannst du das jetzt kann ich denn hier what the fuck ich kann nach links gehen äh ähm Part 9 Custom Games wahrscheinlich weil wir dann AHH ich bin, du bist, ich, ach du bist ready ich muss, das muss ich drücken einfach ich hab select gedrückt ich kann vier Sachen auswählen ne ich kann doch nur drei Sachen auswählen okay soll ich einmal so diesen vom Trailer diesen Bus Stop halt an äh auswählen eine Kleinstadt oder eine Farm was fändst du denn geil ich fände eine Farm ganz geil so Walking Dead Style ja das machen ja Grief Survival Fight the Undead with or against other Team äh but in the end and only one Team Survives ah das geil kannst du gegen andere online spielen so Survival Unlimited Perks wir machen Survival weil hier so Walking Dead mäßig so Zusammenhalt und alles genau starten starten round boah was kann man hier alles einstellen hellenhunde soll ich hellen hellenhunde aktivieren oder deaktivieren was ist das denn ist ne hunde aus der Hölle für uns war für die für die Zombies hä für uns war für die Zombies wahrscheinlich für die Zombies er damit über die Aktiviert ja auch mit seiner das gar nicht mehr machen ja Walking Dead ja lass einfach jetzt aber anfangen dann zum Magic auch aktiviert aber egal was ist Magic Magie auch wenn ich davon ausgehen Krupp so wie auch also machen wir mal jetzt wie auch wieder Walking Dead Style World of Walking Green Warcraft und dann haben Scher Survival Mother of God okay ma oder sein tollen Anzug was auch ich brenne oh scheiße ich brenne ich brenne ich brenne du brennst ey verpiss dich was ist das hier quick revive Chris ich brenne brenne ich immer noch nein du brennst nicht weil das du hast ne Anzug an ach ja wer bei UK Version das heißt hier werden auch Körperteile pflegen und die deutsche Version ist irgendwie 100% uncut aber trotzdem geschnitten Kannst du mich ja kurz beschützen ich will mal eben von Tactical umschalten oh wollte ich auch grad machen ich mach das jetzt einfach scheiß drauf wenn ich sterbe sterbe ich halt Default wie weit bist du bei Walking Dead äh da bin ich jetzt äh Staffel 3 dritte Folge okay dann kann ich dir sagen auch wenn du stirbst ich muss dich erschießen egal welche Art du wirst dich verwandeln genau oh ich finde geil dass endlich dieser Shane tot ist boah ich hab ihn gehasst spoilerst du aber andere Leute ach quatsch der lebt noch ah ich brenne schon wieder äh äh wir stöhnten hier so mein Gott ich hab ne Tussi getötet ha 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 ich kann deine Tür öffnen für 750 wo bist du denn? hier irgendwo hä? ah da cool ach so ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne aah brenne okay ich brenne nicht mehr brenne ich immer noch? ich brenne immer noch ey das ist ja krass du lagst nein ich brenne jem hast du gelaggt nein ich brenne da war ha 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 oh Gott fucking Kamiamiha ey ich brenne schon wieder alter hör mal auf durchs Feuer zu rennen Achtung dann kommt ein Zombie Zombie bin platt ja weil du vom Zombie getötet wurdest ist hinter mir einer? nein noch nie hinter dir aber Zombie kack nur ey ja das freut ich noch nie wirklich eine Schande platt bin schon wieder platt Alex ja warum denn? kannst du mich ja irgendwie hier wiederbeleben? ja gehts grad aber nicht so gut wahrscheinlich grad sterbe ne? muss mir sagen wenn hinter mir einer ist ach so hinter dir ist einer ich brenne schon wieder also Zombie war ich noch nie gut ich bin schon wieder fast platt AAH HILFE MAN ich bin unfähig diesen Modus zu spielen ja das ist erfasst MEINER ey verpiss dich was war das denn jetzt? was hat der geredet? weiß ich nicht ich hab den ich hab Voice ausgestellt AAH ich reparier das hier hinten mal ach so okay brennst du sonst irgendwo wenn du in der Nähe vom Feuer bist ich mach hier in die Chris wo bist du? hier wo bist du? hier hä? hier ah komm schon wieder oh mein Gott was haben wir denn hier alles hier ist Juggernaut gleich kommt Herschel wer weiß einer Farbe wird nicht geschossen hier ist ne hier ist Mystery Box ich sterbe gerade nein doch nicht HILFE sag mir doch bescheid AAH Chris ist das eigentlich dein ernst? bist du echt so schlecht in dem Spiel? HILFE oh Gott zami muss besteht aus miteinander kommunizieren wie weit bin ich scheiße? du das liegt daran weil du scheiße spielst was soll ich machen? wollen wir nochmal neu aufnehmen? wir machen hier jetzt so Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Part hoffentlich der geht dann länger versprochen ja bis dann oh Gott das war peinlich ey immerhin